Der Untergang von Altland oder Atlantis gemäß OLH im Jahre 2193 vor der Zeitrechnung. Seitens der Lühe Verlag GmbH ist seit Jahrzehnten geplant, die OLH in deutscher Sprache herauszugeben unter teilweise Hinzufügung der ingeowonischen Originaltexte transkribiert in unsere heute üblichen Buchstaben. Die Vorbereitungsarbeiten sind im Wesentlichen seit ca. 15 Jahren abgeschlossen. Leider mangelte es jedoch am erforderlichen Geld, um das schon vor 20 Jahren angekündigte Werk endlich in Druck geben zu können. Von den christlichen Eroberern und ihren heutigen Stadthaltern, die Deutschland und ganz Europa mit Feuer und Schwert und erbarmungsloser Gewalt gegen Frauen und Kinder den Katholizismus aufgezwungen haben, wird dieser erste europäische Holocaust geleugnet, verharmlost und schöngeredet, weil man den Deutschen und Europäern doch die Kultur gebracht hätte, das Schreiben und Lesen und den Glauben an Nach der vollständigen Eroberung der Seelen, der Menschen und der Errichtung einer römisch-katholischen Glaubensdiktatur über ganz Europa führte die Kirche ihren zweiten Holocaust gegen die eigenen Völker durch. Alle freien Geister, die noch wagten, selbstständig zu denken, weise Frauen und Männer, seit über Jahrhunderten und Jahrtausenden die Träger des Wissens über Heilpflanzen, Heilkunde, Psychologie, frühe Geschichte usw., wurden ermordet, zu Tode gefoltert oder auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Da erhebt sich zunächst einmal die Frage, wieso konnte es bei unseren Vorfahren denn solche weisen und klugen Männer und Frauen geben, wenn wir in der Frühzeit doch gar keine Kultur gehabt haben sollen? Und in der Tat hat die katholische Kirche von Anfang an versucht, alles zu vernichten, was in irgendeiner Weise an unsere frühen kulturellen Leistungen erinnern könnte. So soll der so über alles von der Kirche gelobte Karl der Große in Kaiserkrönung angeblich im Jahr 800 nach Beginn der christlichen Zeitrechnung in Rom während seiner Bekehrungsfeldzüge haufenweise vorchristliche heidnische Schriften gesammelt haben, die er eigentlich gar nicht hätte vorfinden können, wenn die von ihm eroberten und unterdrückten Heiden tatsächlich kulturlos gewesen wären. Gründlich kulturlos gemacht wurden die europäischen Völker dann aber schließlich von seinem Sohn Ludwig. Dieser verbrannte die ganzen von seinem Vater Karl dem Großen gesammelten heidnischen Schriften und erhielt dafür von den katholischen Geschichtsschreibern den Beinamen der Fromme. Doch zurück zu den Uralinder-Handschriften. Seit der Veröffentlichung der OLH in Holland durch Dr. J.G. Othema vor rund 140 Jahren tobt ein Streit um die Echtheit dieser Chronik. Von der Schreibweise her, der Art der Erzählung geschichtlicher Ereignisse und der Niederschrift in der heute ausgestorbenen ingeowonischen Sprache, also überaltes Altfriesisch, aber auch hinsichtlich inhaltlicher, sonst nicht bekannter Ereignisschilderungen, spricht vieles für die Echtheit der Handschriften. Mit Echtheit ist hier jedoch nicht das Papier gemeint, auf dem diese Chronik heute vorliegt, sie wurde ja mehrfach abgeschrieben, um sie nicht zu verlieren, sondern der Inhalt der übermittelten Texte. Viele der Kirche nahestehende Wissenschaftler, aber auch Vertreter von verschiedenen politischen Gruppierungen, wollen oder dürfen nicht wahrhaben, dass die OLH möglicherweise doch keine Fälschung sind. Nach dem Motto, dass nicht sein kann, was nicht sein darf, wurde in den vergangenen 140 Jahren alles Mögliche versucht, um dieses alte europäische Zeugnis einer frühen, vorchristlichen Kultur unglaubwürdig zu machen. Forscher, die sich ernsthaft mit den OLH befassten, wurden als unwissenschaftlich abqualifiziert und diffamiert. Bevor die Lühe Verlag GmbH nun also ein so umfangreiches und aufwendiges Werk wie die OLH herausgibt, lag es nahe, zunächst einmal eigene Forschungen über die Echtheit der OLH anzustellen. Daher erhob sich die Frage, in welcher Weise hier vorgegangen werden könnte. Geschichtliche Tatsachen, die den Historikern um 1850 bereits bekannt waren, könnten, falls sie in der OLH erwähnt werden, von einem eventuellen Fälscher übernommen oder abgeschrieben worden sein. Sie hätten keine Beweiskraft. Wie sieht es aber mit Berichten in den OLH aus, die zu dem Zeitpunkt, als die OLH angeblich gefälscht worden sein sollen, den Geschichtsforschern und damit auch einem eventuellen Fälscher noch nicht bekannt gewesen sein konnten, da sie erst Jahrzehnte später entdeckt wurden? Ein Beispiel. Heinrich Schliemann fand im Jahre 1871 entgegen den Annahmen und dem Rat von hoch angesehenen Wissenschaftlern bei seinen Ausgraben im Hügel von Hisalik an den Dardanellen das homerische Troja. Es ist nun zu fragen, ob die OLH Informationen bieten, die nicht aus der altgriechischen Geschichte entnommen worden sein können, deren Wissen also völlig verloren gegangen ist, deren heutige Kenntnisse aber zum Beispiel erst durch archäologische Grabungen wiederentdeckt wurden. Fußnote. Aus den OLH ergibt sich, dass Ulyssus oder gleich Odysseus im Jahre 1187-1188 vor der Zeitrechnung mit drei kleinen Schiffen auf Texland landete, um eine eigene Lampe an der Lampe der Mutter auf Texland zu entzünden. Wie hätte ein eventueller Fälscher um 1860 herum eine so genaue und zutreffende Zeitangabe machen können? Schliemann hatte mit seinen Ausgrabungen auf Ilion noch nicht begonnen. Eine ähnliche Zeitangabe ist in dem 20-bändigen Werk Friedrich Christoph Schlossers Weltgeschichte für das deutsche Volk, erster Band, Altertum I, die Zeit des Trojanischen Krieges, Seite 172 folgende, zu entnehmen. In dem von 1843-57 geschaffenen Werk des aus Jeber Friesland stammenden Professor für Geschichte wird gesagt, man hätte den Trojanischen Krieg in die Jahre 1193-1183 vor Christus verlegt. Hätte ein eventueller Fälscher Schlossers Weltgeschichte gekannt, hätte er die Ankunft des Odysseus in den OLH sicherlich auf einen Zeitpunkt nach der Beendigung des Trojanischen Krieges gelegt. Odysseus wird von Schlosser auch Ulysses genannt. Der große Plötz, 32. neu bearbeitete Auflage, Freiburg im Preisgau 1998, macht zur Datierung des Trojanischen Krieges folgende Angaben. Zitat Herodot datiert ihn in die erste Hälfte des 13. Jahrhunderts, der alexandrinische Gelehrte Erastortenes auf das Jahr 1184 vor Christus. Amerikanische Archäologen setzen die Zerstörung von Troja, das der in der Ilias beschriebenen Phase zu entsprechen scheint, auf 1230 bis 1225 fest. Zitat Ende Entsprechendes hat allgemein für alle archäologischen Funde und Forschungsarbeiten seit ca. 1860 bis 70 zu gelten. So wird zum Beispiel entsprechend den OLH um ca. 560 vor der Zeitrechnung auf einer Versammlung der allgemeinen Geachteten von der Adela, die ihre Wahl zur Volksmutter ablehnte, weil sie sich in Apoll verliebt hatte, darauf hingewiesen, dass der Magi, der Oberpriester der Finnen, bereits das gesamte Land östlich der Weser erobert hätte. Die Frage ist nun, ob diese Geschichte wahr sein kann, und wenn ja, ob ein Fälscher von dieser geschichtlichen Tatsache bereits um 1860 nach der Zeitrechnung Kenntnis haben konnte oder nicht. Ergebnis, die Geschichte ist wahr, aber kein Mensch besaß hiervon in der Mitte des 19. Jahrhunderts noch irgendwelche Kenntnisse. Erst durch die Spatenforschung wurde ermittelt, dass es bis zu der in Frage kommenden Zeit eine kontinuierliche Besiedlung der Gebiete östlich der Weser bis hinein ins Mittelrussland gab. Fußnote 3 Wie die Welt am Sonntag, Nummer 28 vom 13.07.2008, berichtete, auf Seite 13, wurden im Jahre 1980 in der Lichtensteinhöhle südwestlich von Osterode im Harz fünf bislang unbekannte Kammern entdeckt mit Beisetzungen aus der Bronzezeit. Nachdem die äußerst gut erhaltenen 40 Skelette 1993 geborgen wurden, konnte von Susanne Hummel von der Universität Göttingen der sogenannte genetische Fingerabdruck bestimmt werden. Im Jahr 2007 rief Susanne Hummel die alteingesessene Bevölkerung zu einem Speicheltest auf, an dem sich ca. 300 Personen beteiligten. Ergebnis, die DNA-Analyse von zwei der Bronzezeit-Toten besaß ein sehr seltenes genetisches Muster. Da dieses auch in zwei Fällen in den Speichelproben von Männern aus den Nachbardörfern Verst und Niedenstedt gefunden wurde, konnten diese mit ziemlicher Sicherheit als Nachfahren der Bronzezeitmenschen nach ca. 100 bis 120 Generationen ermittelt werden. Hier liegt also ein weiterer Beweis für die kontinuierliche, ungebrochene Besiedelung östlich der Weser vor. Weiter im Text. So berichtet z.B. Lübbes archäologischer Weltatlas Bergisch-Gladbach 1976 Seite 184 Zitat In der Waldzone Zentral-Russlands und Osteuropas entwickelte sich die Fatyanovo-Gruppe. Man kennt von ihr hauptsächlich Flachgrabfelder. Die Fatyanovo-Kultur an der oberen Wolga und die mit ihr verwandte Ballanovo-Gruppe des mittleren Wolgargebiets gehören zum großen Schnurkeramik-Streitaxt-Komplex Nordeuropas, in dessen Gräbern Streitaxte eine der charakteristischen Beigaben der Toten sind. Nördlich vom Verbreitungsgebiet der Fatyanovo-Kultur erstreckte sich westwärts bis nach Polen hin die Ostseekultur, die sich hier ohne größere Unterbrechung vom dritten Jahrtausend v. Chr. an mit einer Schnurkeramikphase, die mit anderen schnurkeramischen Gruppen in Verbindung stand, bis zum 8. Jahrhundert v. Chr. entwickelte. Während der ersten Hälfte des zweiten Jahrtausends v. Chr. fand hier lebhafter Handel mit der Onjetizer Kultur Mitteleuropas statt. Zitat Ende. Es ist hier zunächst festzuhalten, dass sich diese Ostseekultur ohne Unterbrechung vom dritten vorchristlichen Jahrtausend bis zum 8. Jahrhundert vor der Zeitrechnung ungebrochen und ungestört entwickeln konnte. Hinsichtlich der vorrömischen Eisenzeit berichtet der Weltatlas auf Seite 180, das Tiefland Nordmitteleuropas und Südskandinaviens lag außerhalb des Verbreitungsgebietes der keltischen Hallstatt- und Latennenkultur. Hier lebten die örtlichen Bronzezeitkulturen einfach weiter, nur, dass ihre Träger sich in der zweiten Hälfte des ersten Jahrtausends vor Christus die Kenntnis der Eisenverarbeitung aneigneten. Hauptsächlich kennt man diese Nordkulturen durch ihre Friedhöfe mit ihren gewöhnlich flachen Gräbern, zwischen denen sich bisweilen einmal Hügelgräber finden. Reich sind die Grabbeigaben. Unter ihnen befinden sich nicht wenige Einfuhrartikel aus der keltischen Welt. Auch an Siedlungen fehlt es nicht. Am bekanntesten ist vielleicht das aus rechteckigen Häusern bestehende Dorf bei Biskupin, bei Znin in Nordwestpolen. In den Niederlanden entstanden damals so bei Ezinge die ältesten Wurten, das sind Ansiedlungen auf flachen aufgeschütteten Hügeln zum Schutz gegen Überflutung. Zitat Ende. Die OLH lassen aus dem Vortrag der Adela um ca. 560 vor der Zeitrechnung erkennen, dass der Obermagie deren östliche Gebiete bis zur Weser erobert hatte. Was lässt sich hierzu dem oben angegebenen Weltatlas entnehmen? Hinsichtlich der Urnenfelder Mitteleuropas heißt es dort auf Seite 170 Zitat Im 13. Jahrhundert vor Christus begann für den Nachfahren der Aonjetits oder Unetitsche Leute Mitteleuropas eine Phase wirtschaftlichen Wachstums. Diese Expansion fiel annähernd mit dem Übergang zur Brandbestattung und zur Beisetzung in großen Urnenfriedhöfen zusammen, eine Bestattung der die Spätbronze zeitlichen Kulturen im fraglichen Gebiet ihren Namen verdanken. Frühe Urnenfeldgruppen finden sich in Ungarn, in Ostdeutschland, auf dem Gebiet der heutigen DDR, das ist die Lausitzer Kultur und im östlichen Alpengebiet die Knovitz- und Hötting-Gruppe. Im zuletzt genannten Bereich ging die Urnenfelder Kultur schließlich unmittelbar in die eisenzeitliche Hallstattkultur über, die sich um 750 bis 700 vor Christus herausbildete. Der auffallende Wohlstand der Urnenfelderperiode beruhte weitgehend auf Verbesserungen der Bronzetechnologie. In der Urnenfelderzeit gab es eine größere Bevölkerungsdichte als je zuvor. Dieses Bevölkerungswachstum scheint mit der Einfügung und Ausgiebung und Anwendung des Pfluges zu tun zu haben. Teils durch Wanderbewegungen, teils auf dem Wege über weit gespannte Handelsbeziehungen beeinflussten schließlich die Kultur und die Wirtschaftsform der Urnenfeldleute weite Bereiche Europa. Damit wurde der Grund gelegt, auf dem sich viele der späteren Eisenzeitkulturen entwickelten. Zitat Ende. Die Bevölkerungsgruppe, die bis ca. 600 vor der Zeitrechnung die Gebiete östlich der Weser besiedelt bzw. erobert hatte, wird in den OLH schon an anderer Stelle als das Findersvolk bezeichnet, das erstmals in Ungarn gesichtet wurde. Eine ganz bestimmte Töpferware als Leitkeramik, Leitkultur der Urnenfelder, Leute mit verbesserter Bronzetechnik, Lausitzer Kultur, ist bis östlich der Weser nachweisbar. Hier handelt es sich um ein unwiderlegbares Beispiel dafür, dass die OLH geschichtliche Hinweise liefern, die ein Fälscher um 1860 herum noch absolut nicht wissen konnte. Nächster Punkt. In ihrem Buch Völker zwischen Germanen und Kelten, Neumünster 1962, kommen die Forscher Rolf Hachmann, Georg Kossack und Hans Kuhn in ihrem gemeinsamen Endergebnis zu der Erkenntnis, dass es zur Zeit der Römerkriege im Gebiet zwischen der Weser aller Linie und der Seine-Oise zwischen Germanen und Kelten eine dritte Bevölkerungsgruppe gab, die weder den Germanen noch den Kelten zugeordnet werden kann. Hans Kuhn schreibt, Seite 127, Zitat, In den ältesten Namensschichten dieses Raums ist manches, das nicht indogermanisch ist und mit alten Namen in den Mittelmeerländern zusammenhängt, von Spanien bis Kleinasien. Ich vermute, dass die Stämme, die da in dem erörterten Zeitraum Germanen und Kelten trennten, die letzten Reste der westlichen Indogermanen-Gruppe sind, aus der sich nach und nach die Kerne der großen bekannten Einzelgruppen ausgesondert hatten, als letzte die der Kelten und Germanen und wenig vorher vielleicht der Römer. Aber was da noch zwischen Aller und Euse saß, konnte dem Schicksal zwischen den mächtigen Schwestergruppen, den Kelten und mehr den Römern und auf der anderen Seite den Germanen zerrieben zu werden, trotz langen Widerstandes nicht entgehen und ging unbeachtet unter. Und im gemeinsamen Schlusswort heißt es, auf Seite 134, Wir müssen jetzt vieles in Kulturgut und Lebensformen der Frühzeit wie auch der folgenden Perioden, dem wir uns gewöhnt hatten, entweder keltische oder aber germanische Herkunft zuzuschreiben, daraufhin prüfen, ob es nicht vielmehr zum Besitz der nachgewiesenen dritten Gruppe gehört hat. Bei einigem ist dies offenkundig, so bei dem Kult der Muttergottheiten, von dem im Nordteil des Rheingebietes hunderte von Votivsteinen zeugen, deren Götternamen nur zum kleinen Teil aus dem keltischen oder germanischen zu erklären sind und bei dem Fehlen des Königtums in den Stämmen des Nordwestens. Zitat Ende. Diese Bevölkerung, zu deren kulturellen Nachlass die OLH gehören, war dort ungebrochen seit dem Neolithikum ansässig. Es ist davon auszugehen, dass die Verfasser Hachmann, Kossack und Kuhn die OLH kannten, auch wenn diese nicht ausdrücklich von ihnen erwähnt werden. Zumindest tragen auch sie Forschungsergebnisse vor, die ein eventueller Fälscher um das Jahr 1860 nach der Zeitrechnung herum noch nicht wissen konnte und die somit ebenfalls der Fälschungsthese entgegenstehen. Diese Beispiele zeigen, dass es sinnvoll ist, in Verbindung mit den OLH zu untersuchen, ob es ähnliche Beispiele gibt. Nachfolgend sollen noch weitere Begebenheiten gezeigt werden. In den OLH wird ausführlich beschrieben, weshalb der Verkauf einer kleinen vorgelagerten Insel an der Mittelmeerküste, im Golf von Lyon, an die Thürier und missionierende Priester von Sidon ein falscher Verkauf, auf ingeowonisch Misselia, war, woraus Marseille schließlich seinen Namen erhalten hatte. Dieser Verkauf soll nach den OLH etwa um 1800 vor der Zeitrechnung stattgefunden haben. Bekannt war bis vor kurzem lediglich, dass Marseille um 600 vor der Zeitrechnung von vorderasiatischen Griechen aus Fouquet gegründet worden sein soll, die es damals Massilla genannt haben. Fußnote. Auf dem Kai des Belges des Alten Hafens von Marseille findet man die folgende Gedenkschrift. Hier sind gegen 600 vor Christus griechische Seeleute gelandet, kommend aus dem Gebiet Fouquet vor der Asiens. Sie gründeten Marseille, von wo sie die Zivilisation in den Westen brachten. Der Herausgeber hatte während seiner Seefahrtzeit des Öfteren Gelegenheit, nach Marseille zu gelangen und stellte sich immer wieder die Frage, wo denn wohl die kleine vorgelagerte Insel gelegen haben mag, die die Obermuttler von Tex oder Texland den Missionierenden, Golen und Priestern aus Sidon verkauft haben soll. Es war einfach nichts zu finden und eine weiter entfernte vorgelagerte Felseninsel vor Marseille liegt zu weit vom Festland entfernt, um hierfür in Frage zu kommen. Da kam dem Verfasser eines Tages der Zufall zur Hilfe. Inmitten der Altstadt von Marseille, nicht weit entfernt vom alten Hafen, dem Vieux-Port, sollte vor circa 40 Jahren ein riesiges Kaufhaus mit entsprechender Tiefgarage gebaut werden. Dabei stießen Bauarbeiter im Jahre 1967 bei Baggerarbeiten, womit niemand gerechnet hatte, auf vorgeschichtliche Funde des alten, vorchristlichen Marseille. Die Stadt Marseille ließ die Bauarbeiten für drei Jahre unterbrechen, damit die Baustelle während dieser Zeit auf archäologische Funde aus der Frühzeit Marseilles untersucht werden kann. Insgesamt fanden dort Grabungen bis 1984 statt. Alles, was man fand, wurde derzeit ab 600 vor der Zeitrechnung den alten Griechen und den Römern zugeordnet. Nach Abschluss der Grabungen wurde unter der einen Seite des Riesenkaufhauses ein vorgeschichtliches Museum eingerichtet, mit all den ausgegrabenen Schätzen einschließlich der Rekonstruktion eines Schiffes, das man bei den Ausgrabungen gefunden hatte, während die Tiefgarage nun unter der anderen Seite des Kaufhauszentrums, Centre-Bours, gebaut wurde. Hinter dem Kaufhaus befindet sich heute ein großer archäologischer Garten, Le Jardin des Vestiges, in welchem für die Besucher alles so belassen wurde, wie es bei den archäologischen Grabungen freigelegt wurde. Doch alles wurde auf die Zeit ab 600 vor der Zeitrechnung datiert. Sollten die Angaben der OLH jetzt doch falsch sein? Da kommt uns der Zufall erneut zur Hilfe. Vor wenigen Jahren berichtete die Zeitung, dass man landeinwärts nördlich von den zuvor beschriebenen Ausgrabungen Teile eines noch älteren Marseille zusammen mit Teilen eines noch älteren Schiffes ausgegraben hat. Leider liegt bisher nur spärliche wissenschaftliche Literatur über die Bewertung dieser neuen Ausgrabungen vor. Damit schließt sich nun endgültig der Kreis. Obwohl alle Welt sicher zu wissen glaubte, dass Marseille eine rein griechische Gründung aus dem Jahr 600 vor der Zeitrechnung gewesen sein soll, wissen die OLH von einem noch älteren Marseille zu berichten, das bereits um ca. 1800 vor der Zeitrechnung von sidonischen Priestern gekauft wurde. Und dieses vorgriechische Marseille, die OLH nennen es Miss Celia, falscher Verkauf, von dem ein angeblicher Fälscher um 1860 nach der Zeitrechnung garantiert nichts wissen konnte, ist nunmehr vor wenigen Jahren zusammen mit Teilen eines zeitgenössischen Schiffes ausgegraben worden. Dieses ist ein unwiderlegbarer Beweis dafür, dass die diesbezüglichen Textpassagen der OLH keine Fälschung darstellen, sondern wahre Geschichten berichten. Somit hat die frühe Stadt Miss Celia, der OLH, bei der Ankunft der vorderasiatischen Griechen aus Fouquet bereits seit etwa 1200 Jahren bestanden. Es war einer der wichtigsten Häfen der Frühzeit. Dieser Mittelmeerhafen ist so gelegen, dass alle Schiffe, die bei Sturm den Golf von Lyon überqueren wollen, die Bucht dicht unter der schützenden Küste, wo Marseille lag, ausfahren mussten. Hier können sich in der Nähe der Küste noch keine hohen Wellen entwickeln. Da der Mistral dann ein Durchfahren des Golfes für kleinere Schiffe, damals genauso wie noch heute, unmöglich machte. Hier kann sogar mithilfe der OLH die Geschichte berichtigt werden. Die Griechen, die angeblich um 600 vor der Zeitrechnung Massilla gegründet und dem Westen die erste Kultur aus dem Osten gebracht haben sollen, fanden dort in Wirklichkeit eine bereits seit über 1000 Jahren gedeihende, für damalige Verhältnisse große, Hafenstadt vor, mit Handelsbeziehungen in das westliche und östliche Mittelmeer. Diese im Süden Frankreichs liegende Hafenstadt ist, was viel wahrscheinlicher ist, um 600 vor der Zeitrechnung von den Griechen gewaltsam erobert worden. Möglicherweise haben die Griechen hier sogar eine blühende, ideal am Golf von Lyon gelegene, konkurrierende Welthandelsmetropole beseitigen wollen. Nächster Punkt. Ein weiteres Beispiel ist etwas komplizierter. Es basiert, wie bereits im Vorwort angesprochen, auf der in den OLH benutzten Zeitrechnung und deren Bezug zum Untergang von Altland, Atlant, Atlantis. Die geschichtlichen Aufzeichnungen der OLH beginnen mit einer Katastrophe, die sich in der Frühzeit ereignet haben soll. In diesem Ereignis soll in Europa das beste Klima geherrscht haben. Die Verhältnisse vor der großen Naturkatastrophe beschreiben die OLH wie folgt. Blatt 47 Zitat Dies steht auf allen Burgen geschrieben. Ehe die arge Zeit kam, war unser Land das schönste in der Welt. Die Sonne stieg höher und es gab selten Frost. An den Bäumen und Sträuchern wuchsen Früchte und Nüsse, die nun verloren sind. Unter den Grassaaten hatten wir nicht alleine Gerste, Hafer und Roggen, sondern auch Süßkorn, also Weizen, das wie Gold blinkte und das man unter den Sonnenstrahlen backen konnte. Die Jahre wurden nicht gezählt, denn das eine Jahr war so froh wie das andere. Zitat Ende Die Jahre wurden also nicht gezählt. Über die Naturkatastrophe selbst berichten die OLH, Blatt 49, Zitat Wie die arge Zeit kam, den ganzen Sommer war die Sonne hinter Wolken verschollen, als wollte sie die Erde nicht sehen. Der Wind ruhte in seiner Höhle, wodurch Rauch und Dampf wie Säulen über Haus und Puhlen stand. Die Luft war demzufolge trübe und dämmerig, und in den Herzen der Menschen gab es weder Frohsinn noch Freude. Inmitten dieser Stille begann die Erde zu beben, als ob sie sterbend wäre. Berge rissen auseinander, um Feuer und Flammen zu speien. Andere sanken in ihren, der Erde schoß, nieder, und wo sie zuvor Felder hatte, hob sie Berge empor. Altland, von den Seefahrern Atlant genannt, sank nieder, und das wilde Haff ging danach so über Berg und Tal, dass alles unter der See begraben wurde. Viele Menschen wurden in der Erde verschüttet, und viele, die dem Feuer entkommen waren, kamen danach im Wasser um. Nicht allein in den Ländern Finders spiehen die Berge Feuer, sondern auch im Twisk-Land. Wälder brannten dadurch nacheinander, und als der Wind von dort kam, da wehten unsere Länder voll Asche. Flussläufe wurden verlegt, und an ihren Mündungen entstanden neue Eilande aus Sand und treibendem Getier. Drei Jahre war die Erde so leidend, aber als ihr besser war, konnte man ihre Wunden sehen. Viele Länder waren versunken, andere aus der See erhoben, und das Twisk-Land war zur Hälfte entwaldet. Zitat Ende Drei Jahre war die Erde so leidend, der Himmel durch die Waldbrände und feuerspeienden Berge auch am Tage verfinstert, die Erdachse hatte sich nach Norden verschoben, und der Weizen konnte nicht mehr in der Sonne gebacken werden. Durch Tsunami-artige Überschwemmungen wurden fruchtbare Länder vernichtet und Flussläufe geändert. Da der Himmel in Europa bedeckt war, gibt es über die in den OLH beschriebene europaweite Naturkatastrophe keine überlieferten astronomischen Beobachtungen. Es gibt jedoch indirekte astronomische Hinweise. So mussten zum Beispiel die Steinsetzungen von Stonehenge in Südengland, die offensichtlich bereits vor der OLH-Katastrophe in Betrieb waren, nach der Verschiebung der Erdachse entsprechend den neuen Auf- und Untergangspunkten von Sonne und Mond neu ausgerichtet werden. Fußnote hierzu Wahrscheinlich wurde auch die Meidenburg-Kadig, also Kadiz, erst nach der Katastrophe von 2193 errichtet, weil die Winkel zwischen den sechs sternförmig um den Turm erbauten Langhäuser dort nach der Verschiebung der Erdachse nunmehr auf der Breite von 36,5 Grad Nord genau 60 Grad zur Sommer- und Wintersonnenwende betrugen. Sie haben merkens die Entstehung des Christus-Monogramms, Söder-Brarup 2007. Nach den von uns in den OLH übermittelten Zeitangaben ergibt sich der Untergang von Altland oder Atlant aus folgender Rechnung. Aus dem Vorwort von Hedo-Oare-Linda, Seite 3. 3.449 nach Altland abzüglich 1.256 nach Christus ergibt 2.193 vor der Zeitrechnung. Die Zeitangabe von 2.193 vor der Zeitrechnung stimmt weder mit der ausführlich von Sparnot beschriebenen Katastrophe zur Zeit der Seevölker um ca. 1200 vor der Zeitrechnung noch mit einer anderen auf ca. 1600 vor der Zeitrechnung datierten Katastrophe überein. Frage Gibt es nun in anderen frühen außereuropäischen Kulturen irgendwelche Aufzeichnungen über vergleichbare Katastrophen? Ja, die scheint es möglicherweise zu geben und zwar in entschlüsselten Keilschrifttexten aus Babylonien. In seinem Buch Die babylonische Geisteskultur in ihren Beziehungen zur Kulturentwicklung der Menschheit Leipzig 1919 berichtet Dr. Hugo Winkler, Professor an der Universität Berlin, von Überlieferungen aus dem alten Babylonien. Zitat von Seite 91. Die babylonische Überlieferung bringt zum Ausdruck, wie jede Welt zwei Abschnitte in ihrem Umlauf habe. Sie entsprechen dem Kreislauf der Gestirne, Anfang und Höhepunkt. Der der Sonne beginnt im Wasserreiche, also Wintersonnenwende, Geburt, und erreicht den Höhepunkt am Feuerreiche. Durch Wasser und durch Feuer wird also jeder Kreislauf bedroht. Je nach der Richtung, welche man einnimmt, Nord oder Süd, kann man auch den Anfang beim Feuer, also die Hölle beim Wasser, ansetzen. Es wird dann statt des Mondes die Sonnenrechnung zugrunde gelegt. Jede Welt entsteht also neu, wenn die Alte im Wasser oder aber im Feuer untergegangen ist und wenn sie aus dem Wasserreiche aufgetaucht ist, den Kampf mit dem Wasserungeheuer oder Tiamat bestanden hat. Dann geht sie dem nächsten Kampfe mit dem Feuerungeheuer, dem männlichen Gegengebilde der Tiamat, dem Drachen, entgegen. Das ist das Ragnarök, der Weltenbrand der germanischen und so viele anderer Mythologien, welche die babylonische Lehre sogar astronomisch als die Welten-Sonnenwende bestimmt. Wenn alle Planeten im Krebse zusammentreffen, also Sonnenwende nach der Widerrechnung, dann findet der Untergang der Welt im Feuer statt. Die zusammengetroffenen Götter sind dann vereint, um eine neue Weltordnung zu verabreden. Zitat Ende Hugo Winkler berichtet hier offensichtlich von einer Art eschatologischem System. Doch wie mag es entstanden sein? Man könnte bei einer bestimmten Konstellation der Planeten eine außergewöhnliche Naturkatastrophe erlebt haben, bei der die Welt fast untergegangen und das Leben auf der Erde fast vernichtet wurde. Während der Himmel in Europa oftmals bedeckt ist, konnte man in Babylonien die während dieser Katastrophe herrschende Stellung der Planeten tatsächlich beobachten. Danach haben alle Planeten in einem bestimmten Tierkreiszeichen oder in dessen Nähe gestanden. War es eine außergewöhnlich schlimme Zeit, konnten die Babylonier zum Beispiel zu der Annahme gelangt sein, dass es sich um eine Weltenwende, den Untergang der Welt im Wasser, die Bibel spricht hier von Sintflut, oder eine andere Weltenwende gehandelt haben könnte. Auf die Zukunft bezogen, und das wäre hier unser babylonisches eschatologisches System, könnten die damaligen Astronomen entsprechend dem übersetzten Keilschrifttext zu der Schlussfolgerung gekommen sein, dass sich die nächste Weltenwende mit dem Untergang der Welt im Feuer dann ereignen wird, wenn sich alle Planeten wieder begegnen, sich aber das nächste Mal im gegenüberliegenden Sternbild des Krebses versammeln werden. Welche Schlüsse können wir hieraus bezüglich der Zeitangaben in den OLH ziehen? Zunächst könnte man vermuten, dass der Untergang der Welt im Wasser, also Sintflut, von dem die Priester der Keilschrifttexte wahrscheinlich ursprünglich ausgegangen waren, dieselbe Katastrophe gewesen sein könnte, die in den OLH als Untergang von Altland, ebenfalls im Wasser, aber zusammen mit Vulkanausbrüchen, Erdbeben und so weiter, geschildert wird und dort zum Beginn der Zeitzählung, so und so viele Jahre nach dem Untergang von Altland, geführt hat. Sollte es sich hier tatsächlich um dasselbe Ereignis handeln, dann ließe sich dieses leicht nachprüfen. Die OLH liefern folgende Tatsachen. Erstens, die Jahreszahl 2193 vor der Zeitrechnung. Zweitens, die Erde war drei Jahre leidend. Drittens, die Erdachse hat sich nach Norden verschoben. Viertens, das Ereignis fand im Sommer statt. Die Keilschrifttexte liefern gemäß Hugo Winkler folgende Hinweise. Erstens, der in die Zukunft projizierte Untergang der Welt im Feuer soll stattfinden, wenn sich alle Planeten im Sternbild des Krebses treffen. Zweitens, im Umkehrschluss muss daher der vorherige Untergang der Welt im Wasser stattgefunden haben, als alle Planeten im gegenüberliegenden Tierkreiszeichen des Steinbocks versammelt gewesen waren. Drittens, sollte die Annahme unter Nummer 2 zutreffend sein, müssten eventuell noch Reste dieser astronomischen Katastrophe auffindbar sein. Hinsichtlich der uns in den OLH übermittelten Zeitangabe von 2193 vor der Zeitrechnung müssten, falls beide Überlieferungen von der gleichen Naturkatastrophe ausgehen sollten, die in Babylonien beobachteten Planeten alle zu diesem Zeitpunkt im Sternbild des Steinbocks gestanden haben. Dieses lässt sich rechnerisch leicht nachprüfen. Die Wahrscheinlichkeit, dass uns diese Berechnung die rein theoretische Vorgabe bestätigen wird, ist sehr gering. Würde sich die vorgegebene Stellung der Planeten nicht rechnerisch bestätigen lassen, wäre dies daher noch kein Beweis gegen die Echtheit der OLH. Würde eine exakte Berechnung diese Theorie aber bestätigen, so hätten wir einen ziemlich sicheren Beweis, dass die OLH keine Fälschung sind. Nun ergibt die Berechnung tatsächlich auf Anhieb, dass sämtliche Planeten nicht im Jahre 2193, sondern im Jahre 2192 vor der Zeitrechnung im Sternbild des Steinbocks gestanden haben. Es erhebt sich hier zunächst die Frage, warum ergibt sich aus unserer Berechnung das Jahr 2192 vor der Zeitrechnung? Unsere Berechnung erfolgte rein mathematisch, das heißt, unsere Zeitrechnung enthielt, wie rechnerisch üblich, die am Zahlenstrahl vorhandene Zahl 0. Die christliche Zeitrechnung kennt das Jahr 0 jedoch nicht. Nach dem Jahre 1 vor Christus folgt sogleich das Jahr 1 nach Christus, sodass das Rechnergebnis 2192 vor der Zeitrechnung inklusive der 0 nach der christlichen Zeitrechnung, also ohne das Jahr 0, dem Jahr 2193 vor der Zeit entspricht. Entsprechend den OLH war die Erde drei Jahre leidend. Es bleibt insoweit ungenau, mit welchem der drei möglichen Jahre die Zeitrechnung, genannt nach dem Untergang von Altland, tatsächlich begonnen haben mag. Das Ergebnis ist für sich allein genommen schon in jeder Hinsicht eine Sensation. Doch wir suchen nach weiteren Beweisen. Die Erdachse soll sich gemäß den OLH nach Norden verschoben haben und das im Sommer des Jahres 2193 vor der Zeitrechnung. Eine Verschiebung der Erdachse findet z.B. fortdauernd dadurch statt, dass die Sonne eine Anziehungskraft auf die Äquatorwülste der Erde ausübt. Da der von der Sonne abgewandte Äquatorwulst weniger stark angezogen wird als der der Sonne zugewandte, entsteht ein Drehmoment, das die Erdachse gegenüber der Ebene der Ekliptik aufrichten will. Dagegen wehrt sich die Erdachse mit einer Ausweichbewegung entsprechend dem sogenannten 2. Kreiselgesetz, d.h. mit einer Ausweichbewegung von 90 Grad im Sinne der Drehbewegung. Die Erdachse beschreibt dabei in ca. 26.000 Jahren einen kegelförmigen Trichter, sodass der Frühlingspunkt während dieses Zeitraums durch sämtliche zwölf Tierkreiszeichen wandert, die sogenannte Präzession der Tag- und Nachtgleichen, des Frühlingspunktes bzw. des sogenannten Widderpunktes. Für die Verschiebung der Erdachse bedarf es eines sehr großen Flugkörpers, dessen Anziehungskräfte auf die Äquatorwülste der Erde stark genug sein müssen, um entsprechend dem sogenannten 2. Kreiselgesetz eine Ausweichbewegung der Erdachse, d.h. von Nord- und Südpol, zu bewirken. Der Riesenkomet muss weiterhin aus einer ganz bestimmten Richtung aus dem Weltall gekommen sein und sich in einer ganz bestimmten Richtung wieder entfernt haben, wenn die Ausweichbewegung der Erdachse nicht auf der unteren Seite der Ekliptik von dem Riesenkörper selbst wieder rückgängig gemacht werden soll. Diesen Riesenhimmelskörper bzw. Riesenkometen hat es tatsächlich gegeben. Die Überreste dieses Riesenkörpers gibt es heute noch. Sie umrunden die Sonne auf einer langgestreckten ellipsenförmigen Bahn mit einer Umlaufdauer von nur zur Zeit ca. 130 Jahren. Jedes Jahr, wenn die Erde auf ihrer Bahn um die Sonne diese Ellipse kreuzt, treten vermehrt Sternschnuppen auf, die der Volksmund die Tränen des Laurentius nennt. Ihr Erscheinen ist die Zeit vom 20.07. bis 19.08. Da dieser Sternenschnuppenschwarm radial aus dem Sternbild des Perseus zu kommen scheint, hat er die Bezeichnung Perseiden erhalten. Es ist der stärkste periodische Meteorschwarm der nördlichen Himmelskugel. Die restliche Materie dieses ursprünglichen Riesenkometen hat sich auf seiner 130 Jahre langen ellipsenförmigen Umlaufbahn um die Sonne so breit verteilt, dass die Erde heute auf ihrer Bahn um die Sonne etwa drei Wochen benötigt, um diesen übrig gebliebenen Meteoriten bzw. Sternschnuppenschwarm zu durchqueren. Im Jahre 1862 ist der zu diesem Sternschnuppenschwarm der Perseiden gehörige Komet, der zunächst den Namen Komet 1862-3 erhielt, tatsächlich entdeckt worden. Im Fernglas konnte sogar beobachtet werden, wie der Kometenkern im Jahre 1862 in zwei Teile zerfiel. Da Louis Swift und Horace Parnell Tattel diesen Kometen unabhängig voneinander am 16. bzw. 19. Juli 1862 entdeckt hatten, erhielt er schließlich die Bezeichnung 109p Swift-Tattel. Aufgrund ungenauer Bahnberechnungen, man ermittelte ursprünglich eine Umlaufzeit von nur 120 Jahren, wurde seine Wiederkehr für das Jahr 1982 erwartet, er erschien jedoch erst im September des Jahres 1992. Nachdem nunmehr genauere Bahnberechnungen möglich geworden waren, konnte nach und nach festgestellt werden, dass der Komet 1872-3 Swift-Tattel schon in früheren Jahrhunderten gelegentlich beobachtet worden war, und zwar in den Jahren 69 vor der Zeitrechnung und 188 nach der Zeitrechnung in China, dann weitere Male 1479 nach der Zeitrechnung und 1737 nach der Zeitrechnung, Komet Kegler, in Europa. Die ellipsenförmige Umlaufbahn des Kometen 1862-Swift-Tattel hat einen Durchmesser von ca. 52,2 AE. AE steht für eine astronomische Einheit und entspricht dem mittleren Abstand Erde-Sonne und beträgt ca. 150 Millionen Kilometer. Die ellipsenförmige Umlaufbahn des Kometen 1862-Swift-Tattel hat einen großen Durchmesser von ca. 52,2 astronomischen Einheiten und eine Bahngeschwindigkeit im Perifel von 42,59 Kilometern pro Sekunde. Perifel ist der Punkt der Kometenbahn, der der Sonne am nächsten liegt. Es ist zugleich der Scheitelpunkt und Wendepunkt der ellipsenförmigen Bahn. Der Durchmesser des Kometenkopfes des Swift-Tattel beträgt 31,2 Kilometer. Die in weitem Abstand entlang dieser ellipsenförmigen Umlaufbahn verteilten Meteore werden durch die Anziehungskräfte von Jupiter und Saturn beeinflusst, sodass geringe Änderungen der Bahnen mathematisch und durch Beobachtung nachgewiesen werden können. Es ist durchaus möglich, dass es in zukünftigen Jahrhunderten oder Jahrtausenden erneut zu schweren Einschlägen von großen Meteoriten dieses Sternschnuppenschwarms kommen kann. Auch über Wikipedia der Freien Enzyklopädie im Internet erfährt man, Zitat, Zitat Ende Wahrscheinlich ist ein erheblich größerer Himmelskörper oberhalb der Ekliptik von außerhalb des Sonnensystems kommend von der Sonne angezogen worden und in der Nähe der Erdbahn vorbeigeflogen und in der unteren Hälfte der Ebene der Erdbahn wieder in den Weiten des Weltalls verschwunden. Seine erhebliche Masse hat durch seine Anziehungskraft auf die Äquatorwülste der Erde offensichtlich eine Verschiebung der Erdachse bewirkt. Bei seinem Durchgang durch das Sonnensystem müssen sich eine Riesenmenge der mitgeführten kleineren Bruchstücke gelöst haben bzw. waren bereits so frei beweglich, dass sie vom Sonnensystem eingefangen werden konnten, während sich der Riesenkörper selbst wieder aus dem Anziehungsbereich der Sonne und seiner Planeten entfernen konnte. Es ist auch sehr wahrscheinlich, dass einige größere Bruchstücke direkt auf der Erde eingeschlagen sind und zwar sowohl auf dem Festland als auch in die Weltmeere. Durch Letzteres könnten ohne weiteres fürchterliche Riesenfluten und Überschwemmungen, also Tsunamis, erzeugt worden sein, die mit Wasserhöhen von 30 bis 80 Metern und mehr über die Küsten hinweggefegt sein könnten. Die bei den Einschlägen auf dem Festland hervorgerufenen Erschütterungen können natürlich zum erneuten Ausbruch vieler bereits erloschener Vulkane und zu riesigen Erdverschiebungen geführt haben. Und die von den Vulkanen und den Waldbränden herröhrenden Aschenmengen haben zu einer totalen Verdunkelung der Sonne in Europa geführt. Die Nordverschiebung der Erdachse im Jahre 2193 vor der Zeitrechnung wird durch die Kreiselgesetze bestätigt. Erstes Kreiselgesetz Ein frei beweglicher Kreisel hat den Willen, die Richtung seiner Achse im Raume beizubehalten. Beispiele Kreiselspiel mit Peitsche, Fahrrad, Erdachse, Kreiselkompass. Zweites Kreiselgesetz Wirkt auf die Achse eines frei beweglichen Kreisels eine Kraft, so macht die Achse des Kreisels eine Ausweichbewegung und zwar 90 Grad im Sinne der Drehbewegung. Beispiele Präzession der Erdachse, nordsuchender Kreiselkompass mit sogenannten zweieinhalb Freiheitsgraden. Eine Überprüfung der Aussage der Oralinder-Handschriften, dass sich die Erdachse während der Naturkatastrophe nach Norden geneigt haben soll, ergibt bei der oben dargestellten Konstellation der Himmelskörper, insbesondere der Bahn des ursprünglichen Riesenkometen, tatsächlich eine Ausweichbewegung der Erdachse nach dem zweiten Kreiselgesetz in Richtung Norden. Die Anziehungskräfte des Riesenkometen auf die Äquatorwülste der Erde, ursächlich für die Ausweichbewegung der Erdachse nach dem zweiten Kreiselgesetz, haben über das zuvor geschilderte hinaus auch noch eine nachhaltige, aber bisher nicht beachtete, Auswirkung auf die rekonstruierte ägyptische Zeitrechnung gehabt. Ein Anteil oder Vektor aus dem Kräftediagramm dieser Wirkung verstärkt die Präzisionsbewegung der Erdachse in der Weise, dass das Äon, in welchem das katastrophale Ergebnis stattgefunden hat, um circa 300 Jahre verkürzt wurde, also statt üblicherweise ein Zwölftel von 26.000 gleich 2.167 Jahre nunmehr nur noch 1.867 Jahre betrug. Bezüglich der ägyptischen Zeitrechnung, von der ja die vor- und frühgeschichtliche Chronologie der umgebenden früheren orientalischen Reiche abgeleitet wird, bedeutet dies, dass auch die auf der 1.460-jährigen Periode des Frühaufgangs des Sotis beruhende ägyptische Zeitrechnung um den gleichen Fehler verkürzt wird. Das heißt, dass alle von der ägyptischen Sotis-Periode abgeleiteten Datierungen einen Fehler von circa 300 Jahren beinhalten, also in Wirklichkeit um circa 300 Jahre jünger sind. Hinsichtlich der Cheops-Pyramide bedeutet dies zum Beispiel, dass diese nicht vor 2.193 vor der Zeitrechnung, sondern erst nach der Verschiebung der Erdachse auf der heutigen Breite von 30 Grad Nord errichtet worden ist. Noch einige Hinweise. Wie sich aus den Beobachtungszeiten des Kometen Swift-Tuttle ergibt, haben sich die Umlaufzeiten seit dem Jahr 2.193 vor der Zeit verlängert. Die bisher beobachteten Erscheinungen ermöglichen die Erstellung der beigefügten Tabelle. Ein sehr interessantes Ergebnis dieser Tabelle besteht darin, dass zwischen 2.193 beziehungsweise 92 vor der Zeitrechnung, dem Untergang von Altland gemäß den OLH, und 1193 vor der Zeitrechnung, also Seevölker von Sparnut, aufgrund der Umlaufzeit von 124,882 Jahren eine Differenz von 999 beziehungsweise 1000 Jahren besteht. Die Frage ist daher, ob die OLH in der Zeitangabe einen Fehler von genau 1000 Jahren enthalten. In diesem Falle hätte der Untergang von Altland und der Krieg der Seevölker gleichzeitig stattgefunden. Handelt es sich jedoch nicht um einen Fehler, dann muss davon ausgegangen werden, dass zwei Naturkatastrophen im Abstande von circa 1000 Jahren stattgefunden haben. Die Konstellation der Planeten aus den Keilschrifttexten gelten jedoch ausschließlich für die Zeitangabe der OLH für das Jahr 2193 vor dem Beginn der christlichen Zeitrechnung. Das ist schon eine sehr frühe, in den Oralinde-Handschriften geschilderte Seefahrt der Frias gab, scheint durch einen einmaligen Fund bewiesen. Ende des 14. Jahrhunderts vor der christlichen Zeitrechnung sank vor der Landzunge Uluburun im westlichen Kleinasien ein mit insgesamt 20 Tonnen Kupferbarren, Zinn, Glas, Perlen, Ebenholz, Elfenbein, Gewürzen und Amphoren beladenes antikes Handelsschiff. Dieses älteste Meereswrack der Welt wurde von dem Unterwasserarchäologen Cemal Pulak vom Institute of National Archaeology in Texas, USA, erforscht. Wie Annette Bruns in ihrem Aufsatz Bürger am Ruder aus dem Spiegel Spezial Geschichte Nummer 2 2008, Seite 66 folgend, berichtet, fand Pulak heraus, Zitat, dass Kanaanea, Vorfahren der Phöniker, dieses Schiff gesegelt hatten. Eine unerwartete Erkenntnis. Zuvor galt unter Althistorikern als ausgemacht, dass schon in der Bronzezeit Griechen den maritimen Handel beherrschten. An Bord des Uluburun-Schiffs waren die frühgeschichtlichen Mykener aber offenbar nur als Passagiere vertreten. Fest steht seitdem, dass schon im Frühaltertum Linienschiffe tonnenschwere Fracht über tausende von Kilometern beförderten. Zitat Ende. Interessant ist die Feststellung von Zemal-Pulak, dass es Kanaaneer oder auch Kanaaniter genannt, gewesen sein sollen, die dieses uralte Handelsschiff mit einer Tragfähigkeit von 20 Tonnen Ende des 14. Jahrhunderts vor der Zeitrechnung gesegelt haben. Die Kanaaneer oder Kanaaniter waren die vorisraelische Bevölkerung Kanaans. Sie waren in Palästina ansässig, bevor sie von den Israeliten unter Joshua besiegt und teilweise vertrieben wurden, beziehungsweise sich mit den Israeliten vermischt hatten. Das Heine-Lexika, das große Lexikon der Geschichte, aus dem Bertelsmann-Verlag 1976, erklärt, Zitat, Kanaaniter, Kanaaneer, im Alten Testament Sammelbezeichnung für die Nachkommen des verstoßenen Noah-Sohns Ham und der vorisraelitischen Bevölkerung Palästinas. Ein Zeugnis für die Verschmelzung zweier Bevölkerungsschichten einer älteren vorsemitischen und einer etwa 3000 vor Christus eingewanderten semitischen. Zitat Ende. Diese vorsemitische Bevölkerung Palästinas war eng mit der vorgermanischen Bevölkerung Nordeuropas verwandt. Um das Jahr 2000 erschien im Dagmar-Drewes-Verlag Lüneburg ohne Jahreszahl das Buch Atlantis-bezogene Chronologie der Maya oder ABC der Maya von Joachim Rittstieg. Es gelang dem Mathematiker Rittstieg, die verschiedenen Maya-Kalender in 40-jähriger Forschungsarbeit zu entschlüsseln. Aufgrund der Entschlüsselung konnte Rittstieg auch exakte Zeitangaben über den Beginn der Maya-Kultur, die Begründung des alten Maya-Reiches sowie über stattgefundene Katastrophen machen. Die Frage war nun, ob die beiden Katastrophen der Maya-Reiche etwas mit der Wiederkehr des Kometen Swift-Tuttle zu tun haben könnten. Kurz zwei Fußnoten im Voraus, die Angabe der gleichgenannten Jahreszahl in Rittstiegs Buch von 667 vor der Zeitrechnung, das entspricht der christlichen Zeitrechnung, rein mathematisch wäre es nach persönlicher Mitteilung von Rittstieg das Jahr 666 vor der Zeitrechnung. Und das gleichgenannte Atlan ist das Atlan Mittelamerikas und darf nicht mit dem Altland oder Atlant der OLH verwechselt werden. Diese sind nicht identisch. Wahrscheinlich erhielt das amerikanische Atlan seinen Namen von europäischen Seeleuten, eventuell Inka der OLH, die glaubten, Reste des untergegangenen Altland, Atlant, wiederentdeckt zu haben. Weiter im Text. Es handelt sich hier um die Jahre 667 vor der Zeitrechnung, das Jahr des Untergangs von Atlan und dem gleichzeitigen Ende des Alten Maya-Reiches sowie um das Jahr 1224 nach der Zeitrechnung, in welchem mehr als die Hälfte der Urbevölkerung Mittelamerikas über 5 Millionen Menschen vernichtet worden sein sollen. Da Katastrophen derartigen Ausmaßes nur astronomische Ursachen haben können, wurde geprüft, ob diese Jahreszahlen in das Zeitrechnungssystem der OLH in Verbindung mit dem Kometen 1862 Swift-Tuttle oder Perseiden oder Tränen des Laurentius passen. Dabei ergab sich, dass Teile dieses Kometen Swift-Tuttle tatsächlich die Ursache des Untergangs des Alten Maya-Reiches 667 vor der Zeitrechnung sowie der Katastrophe von 1224 nach der Zeitrechnung gewesen sein können. Die Umlaufzeiten dieses Kometen korrelieren tatsächlich mit diesen Katastrophenjahren. Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass dem Entschlüsseler der Maya-Kalender, dem Mathematiker Rittstieg, zur Zeit der Herausgabe seines Buches, wie dieser mir persönlich versicherte, weder der oben angegebene zitierte Keilschrifttext aus Babylonien, noch die OLH, noch deren Zeitrechnung nach dem Untergang von Atlant, bekannt waren. Somit liegen hier völlig unabhängige, ausschließlich aus den Maya-Aufzeichnungen angewonnene Daten über in Amerika stattgefundene Katastrophen vor. Da die von Rittstieg ermittelten Daten tatsächlich vollständig und ohne Bruch mit dem OLH- oder Kometensystem korrelieren, liegt hier ein weiterer Beweis dafür vor, dass das Zeitrechnungssystem der OLH keine Fälschung sein kann. Da die gefundenen Gegebenheiten den tatsächlichen astronomischen Bedingungen entsprechen, die ein Fälscher um das Jahr 1860 nach der Zeitrechnung nicht kennen konnte, können die in den OLH enthaltenen Angaben inhaltlich unmöglich eine vorsätzliche Fälschung sein. Dies schließt jedoch nicht aus, dass Abschreiber der OLH gegebenenfalls die veraltete ingeowonische Sprache gelegentlich späteren Sprachgewohnheiten angepasst haben mögen. Auffällig ist noch, dass zu den gleichen Zeiten, in denen die Mayas den fürchterlichen Katastrophen von 667 vor der Zeitrechnung und 1224 nach der Zeitrechnung unterworfen waren, in Europa beziehungsweise dem vorderen Orient nicht ebenfalls von vergleichbaren Katastrophen berichtet wird. Wie ist dieses zu erklären? Es war reiner Zufall, welche Erdhälfte den Einschlägen der Riesenmeteeroiden der Perseiden beziehungsweise des Kometen 1862-3 gerade zugewendet war. Es handelte sich hier lediglich um einen schicksalhaften Zeitunterschied bei der Erddrehung von weniger als 12 Stunden. Wären diese Kometenteile 6-8 Stunden früher auf der Erde eingeschlagen, hätten sie Europa, die Mittelmeeranrainer, Nordafrika, Ägypten und Babylonien getroffen. Abschließend kann aus den geschilderten Tatsachen gefolgert werden, dass die OERA-Linder-Handschriften keine Fälschung sein können. Sie enthalten völlig unbekannte geschichtliche und astronomische Hinweise, die ein eventueller Fälscher um das Jahr 1860 herum niemals hätte erfinden können. Subtitel des Jungs Sie heißen, EM. Sie ни dem b одной mayor Los Rom gestartet im eines größeren Untertitelung des ZDF, 2020